So, da sind wir jetzt auch wieder, jetzt nur mit der Administrator-Berechtigung und sonstiges gestartet, in der Hoffnung, dass jetzt nichts abstürzt. So, wir sind wieder alle da, und Osttrucker verließ die Sitzung, das ging ja schnell. Ja, wir sind jetzt schon wieder. Ach Gott, Mann, das darf doch nicht wahr sein. Das ging ja schnell. Ach mein Gott, das ging ja schnell. Aber ich verstehe den richtigen Grund auch momentan gerade nicht, weil... Internet scheiße ist. Ein Einstellung hat es ja debil gesagt, nichts verändert. Ja, aber du kennst doch die Tage, wenn dein Internet mal so komplett abscheißt. So, was ist das heute? Warte mal, mit Gin? Steht schon unten, ne? Ah, ja. Okay. So, jetzt mich auch da, bei Joseph. She got it in her head, to go to the police station. To give them supplies, too. They were drunk. Laughing. I begged them to let her go. And they beat me until I blacked out. Uh-huh. When I came to, I was on the other side of the wall. But she's probably still alive. They wanted to keep her. Use her. Oh, You'll get her back. Right? You can get in there through the sewers. The building's locked off, but I'll give you the key. They didn't take it off me. Like them pay for what they did her. All she wanted, was to help. And they... Oh, they... Now go, get her out of there. Oh, it's going to go, we're going to go. We're going to go. We're going to go. And then we're going to go. And then we're going to go. Aber... Spielbeitritt ist als Administrator viel, viel schneller, muss ich sagen. Hmm. Hammer. Hammer. Jetzt... Jetzt habe ich ein Problem. Ich hänge hier fest. Und wieso? Hilfe! Wo hängst du? Woher hängst du denn? Wie hängst du denn? Wie hängst du denn? Wie hängst du da? Rausgequetscht. Ich bin zwischen Baum und Mauer gefallen. Hilfe! Hm. What's up? Welches Level seid ihr? Äh, guck ich gleich mal nach. Ich starte mal kurz mein Spiel neu, ich hab grad Soundpucks. Okay, 38. Ich bin 35. Ich bin auch 35. Welche Art Soundpucks? Äh, ich weiß grad nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Gijalala! Gijalala! So? Stimmt sowas in der A. Puh, ha! Hät grad das Wort nicht an... Rauschend kann man sagen, hat sich das angehört. Hat das so ganz schwer zu beschreiben? Jaaaa, mir ist das Wort nicht eingefallen. Das war dann eher das Schwere. 7.1 drauf geachtet und so ein Kram? Ja, klar. Sonst würde ich die ganze Zeit dieses Krasse rauschen, ja. ich glaube es fliegt wieder raus so wie das gerade hier aussieht nein ich weiß nicht ich weiß nicht sieht man gerade sehr danach aus doch nicht jetzt bist du wieder da scheint wirklich kaffee ja ich leuchte und hier wenn du vor mir sind irgendwie auch wieder da ich habe verdammt schaden fressen müssen du bist aber jetzt ohne einladung reingekommen ja weil ich immer was die beiträger ist mal die ganze zeit schon ja das ist sehr gut da muss ich das nicht mehr machen das solltest du auch noch dass ich habe das bei jedem spiel mal gemacht und gesagt einfach spiel betreten damit ich nicht auf deine einladung warten muss geht ja auch ohne immer ja dann soll das ist das nächste mal auch machen manchmal steht das aber nicht weil sie ab und zugestimmt dann ab und zu steht dass er echt mal nicht kommt ihr ich weiß nicht ja das war ja auch ein gegnerisches messer wahrscheinlich genau das steht was gerade müssen verkackt kann ich mit ihm handeln das ist schlecht wieso ist niklas drin und das ist aber echt für ein arsch gerade muss ich sagen es läuft dafür glaubt jetzt jetzt haben wir in der apotheke dran alter ja es lag mich jetzt so wixer in der apotheke ja dann versuch mal gleich über die steam server noch mal neu rein zu connecten dass ich dich nicht einladen müsste ja wie auf solchen das noch machen heute ich kann sagen ich müsste nochmal genaueres nachgucken vielleicht nach der aufnahme aber jetzt wie ich das ungern machen warum ein bisschen haben wir auch schon aufgenommen ja bisschen damit komme ich immer nicht über die woche keine ahnung morgen noch mal was aufnehmen aber heute ist eine projekte aufnehmen wenn das die scheißanwickler von dead island guckt man könnte nicht der spiel so ausreifen dass er funktioniert wieso in blipzeit war es ja schon ein bisschen besser gewesen ja aber bei dem nicht ja das war auch das erste spiel von der dead island ja kann man es dann trotzdem mal zu ende machen das ist ein geiler anfangen der erste teil schon so beschissen sondern spielern kann nichts aufgebaut werden ja sagt ich schlug viel versuch noch mal ja ich will rein da mein gebiet ja das bin ich auch voll gescheuert dass ich es war nach anstatt so ein häkchen zu machen und dann für jedes mal ihr wisst was ich meine jetzt habe ich auch immer meine periode ist kann ich auch immer rumschreien so wie es so was die scheiß probleme hier nicht jetzt kann ich hier nicht beitreten ja ne weil ich gerade in die abwasserkanäle wahrscheinlich deswegen in den ladebildchen bin ja wahrscheinlich kann ich nicht so schnell einladung senden ja würde sogar gehen muss ich nicht ganz sicher den spieler wenn so ein kack zu rücken ah jetzt häng ich hier fest damit goddammit ich glaube wir gingen gerade in die falsche richtung ne hä wie ja kann sein aber da war eine werkbank ja stimmt boah repartor kostet viel zu hoch man ich bin so wie eine coole ich bin so wie eine coole wo ist wo ist naja ich weiß ich hab schon gesehen naja aber gut dass du nicht gestorben bist ja nö ich hab dich auch gesehen ich hab nie gehört ja ich auch aber dann kam es mal zurück bei jemandem weg statt ich weiß gar nicht wer das war was ging jetzt aber alter was du warst drin und dann bist du daraus aber ich bin hier grad beim wenn und darin grad vor mir nach gegen die wand alles klar ja weil er halt eben rausgeflogen ist aber jetzt kann ich mal infizierte schnell töten das mir auch lieb ach so hast du jetzt die zweite stufe ne 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 die erste gerade war aber ich habe vor allem gar keine ne ach du hattest gar keine stufe gehabt nö das habe ich jetzt erst angefangen mittels zu den mittel krisis gehen ach so ich dachte du hättest du wärst schon etwas weiter da nö mit brauchte ich nie bisher auch stimmt das könnte ich noch mal ich muss so gut muss kann ich eigentlich hier könnte ich auf jeden fall noch mal was hier ist eine wasserleicht wenn du willst kannst du mir helfen ja das wäre eine idee ne ach guck mal wer drin ist voller freude ich bin tot durch irgendeinen grund ja wiederbelebt mhm danke du bist einfach mal vor uns gespawnt wie du gefällst what the fuck alter man kriegt erfahrung dafür dass man nicht geheilt wird au das war schmerz du hast dafür erfahrung bekommen ja kannst du 130 hey ich muss grad aufpassen ne und hier raus dann sind wir schon da in der tiefgarage der polizei auch klar ich diese noch mal gar nicht nee ном опер der polizeiwache den direkten zugang zu den abwassern kam hier ist unser wagen geparkt schon mal let's take a look shall we aufzeichnungen mit Oh, er lauert wieder Scheiße. Oh, oh, oh. Run, Forest, run! They were all dead. Oh, I need help. Thank you. What a fucking zombie hit by me. He threw me into the shotgun. Careful, he is there. Yeah, wait, I will kill him. Will he not kill him? Oh shit. Oh shit. Vorsicht. Oh, wir haben all überlebt, sehr gut. Wieso? Jetzt kannst du die Arme von dem locker brechen. Oh, das ist, ah, das ist, ich weiß nicht, wenn der am Boden liegt. Ist das schon gebrochen? Ich weiß gar nicht, welcher jetzt von denen umgebrochen ist. Hier, der ist gebrochen. Der. Ja, der rechte, äh, rechte von dem ist gebrochen, der linke ist noch. Jetzt ist beide, glaube ich, ne? Ja, jetzt sind Ball gebrochen, okay. Jetzt ist er tot. Und du bist raus weg. Und Bauplan. Äh, Herstellung, Pistolen, Munition. Ist doch sehr gut. Da ist der Bauplan. Ich habe mich schon gewundert. Hm. Aber die Idee war nicht schlecht mit dem Umhauen, das stimmt. Kann ja wenigstens nicht mehr darauf zuhauen. Genau das. Na gut. Na, mir fehlt Kohle zur Reparatur mal wieder. Äh, ich kann ja leider kein Geld trainen. Ich habe 54.000. Wieso hast du so viel gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Geld für Aufwerten ausgegeben. Hast du keine einzige Waffe geupgradet? Äh, nö. Nicht mehr ist ein Wuchtkaner, oder? Doch, den, den habe ich abgegradet. Aber das ist auch... Hm, ich mache Updates und habe trotzdem 40.000. Ihr seid einfach scheiße. Ja, mal recht gut Geld noch. Oh Gott. Da ist Bill. Ich ist ein Wichser. Ach ne, Bill kann nicht... Können wir gar nicht mitreden. Hi, ich bin Bill Cosby. Ne, das Ritzer. Hier. Ja, okay. Auf die Räser. Ich bin ein Polizistiker. Ich habe mich in der Zelle für zwei Tage, ohne Essen oder Wasser. Äh, bloß. Oder ihr, bloß. Was? Ich bin bei mir in der Tür drin. Willst du mir helfen, dich raus zu gehen? Ja, er hat so eine Stange durch den Kopf. Und zuckt die ganze Zeit durch. Hier. Geh das Kabel. Und put it into the control panel on the wall. Every cell door will open. Von hier an raus, I can take care of myself. Von hier an raus, I can take care of myself. Von hier an raus, I can take care of myself. Ich auch zu oben. Vielen Dank.